Hallo Leute, hier ist eure Carmen, Bauercoach of the Alps und ich bin von St. Moritz hierher nach Venice gekommen, um diese wunderbare Stadt zu genießen, um neue Eindrücke zu bekommen und auch neues Fotomaterial für meine Bücher zu sammeln. In dieser unglaublichen, wunderbaren, romantischen Stadt ist es ja so, dass man sehr viele Paare auf der Straße sieht, Familien, aber auch durchaus viele Menschen, die einfach auch alleine sind. Und das brachte mich wieder auf den Punkt und an die Erinnerung, warum ich effektiv das Buch geschrieben habe, Lust auf Mr. Wright. Es kann auch durchaus heißen, Lust auf Mrs. Wright. Also dieses Buch ist für Frauen genauso wie für Männer gedacht. Und es geht darum, wie du deinen Deckel findest, deine bessere Hälfte. Vielmals ist es ja so, dass Menschen ungewollt als Single effektiv den Alltag bestreiten, in den Urlaub fahren oder eben an Partys gehen. Sie fühlen sich dann zumeist sehr unwohl und beobachten neidisch oder eben sehnsüchtig. Viel besser gesagt, die Paare und fragen sich und wünschen sich, ich hätte doch auch so gern einen wunderbaren Partner an meiner Seite. Und glaube mir, das ist durchaus möglich. Dein Deckel wartet genauso da draußen und stellt sich vielleicht genau dieselbe Frage. Deshalb rate ich dir und empfehle ich dir gleich vorab, dieses Buch zu besorgen, das dir wahrlich die Augen öffnen wird. Es ist ein überraschendes Buch, es ist ein anderes Buch, ein Arbeitssachbuch, das ganz konkret auf deine Bedürfnisse eingeht, indem du effektiv die Fragen beantwortest und so deinen Mr. Wright weiters näher und auch kennenlernen wirst. Nun, es gilt aber auch dafür, was zu tun, einfach nur da zu sitzen und zu hoffen, dass er an deiner Tür klingelt. Ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deshalb rate ich dir ganz, ganz bewusst, dass du in Aktion trittst, hinaus trittst in die Welt und nebst dem, dass du dieses Buch liest, eben vielleicht auch zu einem meiner Seminars kommst, wo ich dann noch gezielt und individuell auf dich eingehen kann und werde, um dir dabei behilflich zu sein, dass du deinen Mr. oder eben deine Mrs. Wright kennenlernst. Wir Menschen haben extrem viel Liebe in uns und Liebe zu teilen ist eine wunderbare Sache. Und ich gönne dir das von Herzen und möchte dich begleiten, dass du das auch erlebst. Denn die Liebe ist dazu da, dass sie geteilt wird und du hast so viel Liebe zu geben. Deshalb komm zu mir, ja, ich werde dir helfen, dass du deinen Mr. oder Mrs. Wright kennenlernst. In diesem Sinne, sodass auch du eben diesen wunderbaren Ausblick nicht alleine erleben darfst, sondern ganz gezielt hier mit deinem Deckel. In diesem Sinne, freue ich mich auf dich von dir zu hören, kontaktiere mich, freue mich. Alles Gute, ciao!